Zehn Frühwarnzeichen, dass du einen Eisenmangel hast. Ja, vielleicht geht es Ihnen so wie vielen. Fühlen Sie sich oft müde? Haben Sie Konzentrationsstörungen? Können Sie sich nicht mehr so gut erinnern an gewisse Dinge? Und merken Sie, dass Sie vielleicht beim Treppensteigen etwas kurzatmiger sind als früher? Wenn ja, dann sind Sie richtig in diesem Video. Hier geht es um die Frühwarnzeichen von Eisenmangel. Und Sie werden sehen im Laufe des Videos, dass wir ganz, ganz viele kleine Symptome haben in unserem Körper, wenn Eisen fehlt. Was dann sich äußert in doch relativ großen und dramatischen anderen Symptomen, aber wo wir nicht in erster Linie mal an einen Eisenmangel denken. Eisen gehört zu den häufigen Elementen hier auf diesem Planeten. Nach Sauerstoff, Silizium, Aluminium gehört Eisen zum vierthäufigsten auf dieser Erdoberfläche. Und Eisen ist sehr elementar für uns. Wir haben ungefähr 50 bis 60 Milligramm Eisen pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind immerhin bei so einem 70 Kilo schweren Standard Erwachsenen, sage ich mal, so dreieinhalb bis vier Gramm. Also relativ viel. Und Eisen gehört zu den lebenswichtigen, lebensnotwendigen Spurenelementen. Das Problem ist, der Körper kann selbst davon nichts produzieren. Und wir müssen Eisen über die Nahrung zu uns nehmen. Es gibt einfach ganz bestimmte Personengruppen. Wir denken einfach mal an die Schwangeren beispielsweise oder auch an Menschen, die sehr, sehr viel laufen, an Sportler oder einfach auch an Frauen, die ihre Regelblutung häufig haben oder verstärkt haben, die dann je eben nach Geschlecht, nach Personengruppe, nach Alter zum Eisenmangel leiden. Und das bedeutet hier bei uns so zwischen 10 und 35 Prozent der Bevölkerung leidet unter einem Eisenmangel. Und leider Gottes gibt es hier ein Riesenproblem. Wir Ärzte oder auch die Hebammen, die beurteilen diesen klassischen Eisenmangel immer nur nach der Blutarmut. Hat man eine Anämie, ist der Hämoglobinwert zu tief. Und das ist ein riesengroßes Problem. Denn wenn man sich die Eisenverteilung im Körper mal anschaut, dann sieht man, dass wir weitaus vorher in einen Eisenmangel rutschen können. Ganz, ganz schleichend über Monate, über Jahre, vielleicht sogar auch nur über Wochen. Und dass wir dann zu wenig Eisen im Körper haben, obwohl dieser Hämoglobinwert noch lange in Ordnung ist. Schauen wir uns die Eisenverteilung im Körper einmal genauer an. Der Großteil des Eisens, circa 65 Prozent, ist dann tatsächlich für den roten Blutfarbstoff Hämoglobin reserviert. Er ist an den roten Blutkörperchen gebunden. Und wir haben so ungefähr 30 Prozent des Eisens als Speichereisen. Also Speichereisen heißt Ferritin. Dieser Wert wird hier in diesem Video noch eine besondere Rolle spielen. Auch Hämosiderin ist auch eine Form des Eisenspeichers. Und der Eisenspeicher, der ist dann im Knochenmark beispielsweise. Dort wird Eisen abgelagert. Aber wir haben auch den Muskelfarbstoff Myoglobin. Und so circa 3, 3,5 Prozent ist dann im Muskel gelagert. Und nur so ein geringer Teil des Eisens ist quasi unterwegs als freies Eisen oder wird benutzt für eisenhaltige Enzyme. Der Großteil eben, wie gesagt, ist gespeichert in den roten Blutkörperchen oder an den roten Blutkörperchen im Hämoglobin. Was passiert dann eigentlich bei einem Eisenmangel? Eisenmangel bedeutet dann nur keineswegs, dass es auf das blutbildende System begrenzt ist. Sondern wir haben also vor allem Enzyme, die hier nicht mehr richtig funktionieren können. Beispielsweise es sind andere Organsysteme noch betroffen, wie die Leber, die Milz, das Knochenmark. Dort wird eben das Eisen gespeichert. Und der Transport erfolgt dann im Blut über ein anderes Molekül, über das Transferin. Das ist ein Transporteisen. Und bei einem Eisenmangel haben wir einfach weniger Eisen zur Verfügung. Es wird dann weniger Eisen an Transferin gebunden. Und das können wir messen, beispielsweise aus Laborparameter. Und es gibt hier eine Transferinsättigung. Auch die ist dann beim Eisenmangel erniedrigt. Was haben wir denn so an täglichen Eisenverlust? Gerade für Frauen eben, die eine Menstruation haben, erhöht. Aber wir verlieren so circa ein, zwei Milligramm Eisen pro Tag über Urin, über Stuhl, über Schweiß. Und bei Blutungen kann der natürlich viel, viel höher sein. So habe ich manche Patientinnen, die das Spiel schon jahrelang machen. Die haben eine verstärkte Regelblutung und da müssen sie immer wieder in Infusionen kommen. Kein Mensch denkt daran, die verstärkte Regelblutung mal zu behandeln, sondern man macht dieses Spiel eben mit. Und das ist das Problem. Wie können wir den Eisenmangel diagnostizieren? Hier gibt es ein riesengroßes Missverständnis nach wie vor in der Medizin. Denn wir haben blöderweise einen Blutparameter und dieser Blutparameter, der heißt tatsächlich Eisen im Serum oder Eisen im Vollblut. Und dieser Parameter ist nicht geeignet und das ist das Paradoxe, um einen Eisenmangel festzustellen. Was tun wir Ärzte? Wir schauen natürlich auf diesen Parameter. Auch Hebammen schauen auf diesen Parameter. Das ist das große, große Missverständnis, dass wir andere Parameter heranziehen müssen. Wir brauchen das Speichereisen, den Ferritinwert beispielsweise oder den Transferinwert, das Transporteisen oder die sogenannte Transferinsättigung, um zweifelsfrei sagen zu können, hier handelt es sich definitiv um einen Eisenmangel. Denn dieser Wert Eisen im Serum oder Eisen im Vollblut, der reagiert ganz, 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 ganz spät. Dort können Sie schon einen massiv leeren Eisenspeicher haben. Und das ist das große, große Missverständnis und das große, große Problem. Weshalb viele Menschen, die eigentlich für sich selber die richtige Diagnose Eisenmangel stellen, das nur bestätigt haben wollen vom Arzt, dann ausgeredet bekommen, dass es entweder kein Eisenmangel ist, weil man den falschen Wert hat oder weil dieser Eisenwert, also nicht der Ferritin, der richtige Wert, sondern der Eisenwert dann tatsächlich noch stimmt, obwohl die Eisenspeicher schon längstens leer sind. Bleiben wir beim einfachsten, meiner Meinung nach einfachsten zu verstehen Wert für einen Eisenmangel, der Ferritinwert. Und wo sollte dieser Ferritinwert eigentlich liegen? Die Fachgesellschaften sagen, er sollte bei 10 liegen. Es war jetzt früher, in den letzten Jahren ist man dazu übergegangen, dass man gesagt hat, er muss bei über 30 Mikrogramm pro Liter liegen. Aus Erfahrung heraus kann ich sagen, dass dieser Wert zu tief angesetzt ist. Ein großes Problem. Warum? Schon bei einem Wert von unter 70 kann es zum eisenbedingten Haarausfall kommen. Man hat dann einfach wirklich einen massiven Haarausfall. Die Ärzte kontrollieren die Werte und kein Mensch deutet darauf hin, dass es sich hier um einen Eisenmangel handeln könnte, weil eben der Wert noch über 30 ist. Sagen wir, Ferritinwert liegt bei 50, aber er liegt unter 70. Das heißt, die Haare fallen aus, aber kein Mensch sagt einem, dass hier ein Problem mit dem Eisenwert da sein könnte, mit dem Ferritinwert. Dass es sich hier um einen Eisenmangel handelt, ein Manifesten. Es gibt gewisse Risikogruppen. Bleiben wir einfach mal beim Haarausfall. Das kann halt einfach häufig schwangere Frauen betreffen. Warum? Sie brauchen sehr, sehr viel Eisen für die Blutbildung. Ich habe die Sportler, die Athleten schon genannt. Sie haben einen starken Turnover aufgrund der erhöhten Sauerstoffaufnahme. Sie zerlaufen sich tatsächlich auch die Blutkörperchen. Das bedeutet, durch diese Stöße beim Joggen, bei Marathonläufern kennen wir das beispielsweise. Dort haben wir das Problem, dass sie sich regelrecht ihr Eisen zerlaufen können. Dass es eben einen hohen Turnover gibt, dass viele rote Blutkörperchen kaputt gehen können. Und dann haben wir natürlich Frauen mit verstärkter Regelblutung oder auch Menschen mit Herzfehlern oder auch mit Absorptionsproblemen. Denkt man an eine Darmflora, die nicht richtig funktioniert beispielsweise, oder an eine gereizte Schleimhaut im Magenbereich, im Darmbereich. Dann kann es eben hier zu einem chronischen Eisenmangel kommen. Ebenso bei Krebs beispielsweise oder nach Operationen. Welche Rolle spielt Eisen in unserem Körper? Eisen hat halt sehr, sehr viele Effekte. Eines haben wir schon gesagt. Es ist der zentrale Bestandteil von Hämoglobin. Und das ist auch eins so ein Problem, was wir dann als Symptom merken, wenn die Blutbildung eben gestört ist, wenn es ein Problem gibt mit dem Sauerstofftransport, dann werden wir total kurzatmig. Man kann sich dann so ein bisschen vorstellen, wie wenn man im Basislager beim Mount Everest sitzt. Die Eisenaufnahme, die Sauerstoffaufnahme, Sauerstoffabgabe, all das funktioniert nicht mehr so richtig. Und man hat das Gefühl, dass man einfach zu kurzatmig ist. Dann hat Eisen auch eine Funktion im Säurebasenhaushalt. Es ist am Abtransport vom CO2 beispielsweise beteiligt. Das ist wichtig für die Säurebasenregulation, für diese komplizierten Vorgänge, die hier stattfinden. Und dann haben wir noch eine Funktion im Energiestoffwechsel. Deswegen fühlt man sich beim Eisenmangel auch so schlapp. Das ist ein Bestandteil des Eisens, ein Bestandteil des wichtigen Enzyms in der Atmungskette. Also die Atmungskette ist der Teil des Stoffwechsels, der dann tatsächlich die Energie produziert. Zytochromoxidase heißt dieses Enzym. Und dort hat Eisen eine ganz zentrale Wirkung, dass dies gut funktioniert. Und dann haben wir noch die Hormonbildung. Und zwar die Herstellung des Schilddusenhormons L-Tyroxin oder auch die Bildung von L-Dopa. Das ist auch eisenabhängig, sodass wir hier auch Funktionen haben im Hormonsystem. Wissen auch nicht viele Menschen. Was passiert also, wenn wir in einen Mangel hineingeraten? Und hier ist eine Problematik. Hier gibt es eine Verzögerung. Das heißt, wir haben erstmal einen erhöhten Eisenbedarf beispielsweise. Oder wir haben vermehrte Eisenverluste wie bei der Regelblutung. Oder es kommt zu einer Verringerung der Eisenresorption. Und dann greift der Körper logischerweise auf seinen Eisenspeicher zurück. Im Knochenmark beispielsweise. Das heißt, dieser Eisenspeicher ist der Ferritinwert. Der Ferritinspiegel, der wird sinken. Und der Körper nimmt sich einfach aus seinem Speicher das Eisen raus. Und irgendwann wird dieser Ferritinspiegel so weit gesunken sein, dass erst dann der Körper auf das Eisen, das für die Blutbildung abgelagert wurde oder zurückgelegt wurde, zurückgreift. Und dann kommen wir erst in diesen Bereich der Anämie. Und vorher haben wir schon sozusagen sehr, sehr viele andere Symptome. Also erst wenn dieser Ferritinspeicher weitestgehend entleert ist, kommt es dann im weiteren Verlauf zu Störungen vom Blutbild. Und es fällt der sogenannte Hämoglobinwert ab oder der Hämatogridwert. Und das ist ein Problem, dass Ärzte und auch Hebammen, ich erzähle es immer wieder, ich möchte nichts gegen Hebammen sagen, aber ich merke das einfach aus der Praxis, die dann so mal Pi mal Daumen sagen, okay, der Hämoglobinwert ist noch in Ordnung, also haben wir kein Problem mit dem Eisenwert. Und diese Unterversorgung, die macht dann nach und nach die Symptome, auf die wir gleich eingehen. Und es ist eben ein schleichender Prozess, deswegen auch das Video mit Frühwarnzeichen. Denn man merkt es nicht so richtig, der Körper zeigt nicht an, jetzt habe ich einen Eisenmangel, sondern er geht ganz, ganz langsam in diesen Zustand hinein. Der Gehalt an Speichereisen sinkt, die Blutbildung sinkt eventuell, aber wir können weit vorher vor dieser Blutbildungsproblematik schon Symptome haben. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, nach und nach wird der Körper dann seine Reserven aufbrauchen und er geht dann an das abgespeicherte Eisen mit dem Ferritin, mit dem Speichereisen. Aber er geht dann auch an das Eisen, das quasi unterwegs ist, an das Transferin, das an dieses Molekül gebunden ist. Und irgendwann haben wir dann so eine mangelhafte Versorgung der Körperzellen, dass es dann in einen gefährlichen Eisenmangel schon langsam reingleitet. Und so das erste wichtige Symptom, das wir spüren als Frühwarnzeichen, ist einfach ein allgemeines Schwächegefühl. Ein erhöhtes Schlafbedürfnis. Die Menschen, die gehen dann früh ins Bett. Sie sagen, ich bin antriebslos. Sie sind müde. Es ist anders als sonst und der Energiestoffwechsel ist eben hier in der Atmungskette gestört. Eisen wird benötigt, damit wir unsere Energie, unser wichtiges Brikett, sage ich mal, unser kleines Holzscheit ATP bilden können. Und wenn dieser Energiestoffwechsel so beschränkt ist, dann haben wir einfach zu wenig Energie. Und dieses ATP, das fehlt dann und wir schlafen einfach. Ich selbst hatte mal mit 16 Jahren einen Eisenmangel. Wir hatten einen wunderschönen Urlaub gebucht in Schweden und ich weiß von diesem Urlaub nichts. Meine Eltern haben gesagt, ich habe Tag und Nacht geschlafen. Und zum Glück wurde das dann von einem Arzt diagnostiziert, mit einigen Infusionen ausgeglichen. Und so war ich wieder ein normales Lebewesen. Und das Problem ist, dass man eben so langsam und leicht abgleitet, dass man es als normal empfindet, dass man immer weniger leistet. Leistungsminderung, die zeigt sich dann auch nicht nur in Müdigkeit, sondern was ganz, ganz häufig ist, ist Vergesslichkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Unser Gehirn, auch die Gehirnreifung beispielsweise, die benötigt sehr, sehr viel Eisen. Und deswegen sind Kinder auch so von Eisenmangel betroffen. Wenn es jetzt irgendwelche Störungen gibt an der Darmflora beispielsweise, wenn sie erstmal den Sauerstoff nicht bekommen und dann die Hirnreifung nicht gut funktioniert, dann kann hier ein Eisenmangel tatsächlich bei Säuglingen oder auch bei kleinen Kindern nicht nur in Müdigkeit und Abgeschlagenheit sich äußern, sondern eben auch in massiven Leistungseinbußen und dann auch wie beim Erwachsenen in Vergesslichkeit beispielsweise oder in massiven Konzentrationsstörungen. Im Gehirn wird Eisen benötigt im Rahmen der Zell-zu-Zell-Kommunikation. Sprich, die Neurotransmitter Dopamin oder Serotonin werden bei einem Eisenmangel viel, viel weniger produziert, was dann zur Folge hat, dass wir uns eben nicht gut fühlen, dass wir leicht depressiv werden, aber dass einfach die Kommunikation, die ganz normalen Abläufe des Gehirns, das Merken, das Denken nicht richtig funktionieren. Und außerdem im Rahmen der Hirnreifung braucht man elektronische Impulse und die Versorgung der Nervenbahnen muss gewährleistet sein. Auch hier wird Eisen benötigt. Und bei einem Eisenmangel beispielsweise konnte bei Kindern gezeigt werden, dass die Impulse vom Gehör und vom Sehnerv nicht mehr richtig funktionieren, zusätzlich zu den Energieversorgungsproblemen im Gehirn und der Nerven. Und das sind dann schon ganz eklatante Störungen der Sinnesorgane und auch des Gehirns, was hier einen Eisenmangel zugrunde liegen hat. Und bleiben wir etwas bei den Neurotransmittern wie Dopamin oder Serotonin. Und Eisenmangel kann hier eine sogenannte Eisenmangel-Depression auslösen. Ich habe schon so viele Fälle gehabt, wo nichts anderes die Ursache war einer schweren Depression als ein Eisenmangel. Also Reizbarkeit, schlechte Laune, Depression kann im Rahmen eines Eisenmangels auftreten. Und hier geht es einfach um diese Funktionen des Eisens im Nervensystem bei der Herstellung von Serotonin, bei der Herstellung von Katecholaminen. Und wenn Sie das interessiert, dann geben Sie einfach mal Eisenmangel-Depression ins Internet ein. Und Sie werden hier auf wirklich interessante Forschungen stoßen, dass eben das Eisen, die Serotonin-Produktion beeinflusst negativ, beziehungsweise der Eisenmangel dann zu einer richtigen manifesten Depression führen kann. Eisen hat dann nicht nur eine Funktion im Gehirn, sondern auch bei den peripheren Nerven. Und hier kann dann zu wenig Dopamin beispielsweise im Nerven gebildet werden, was dann zu dieser typischen Symptomatik der Restless Legs führen kann. Und eine Restless Legs-Symptomatik ist wirklich sehr, sehr schwierig zu behandeln, ist wirklich ekelhaft für den Patienten. Und auch hier wird viel zu wenig häufig an einen Eisenmangel gedacht. Ja, was früher zu Hofe als schick galt, ist jetzt ein Krankheitszeichen und es geht um die Blässe im Gesicht. Denn wenn der Eisenmangel dann schon etwas weiter fortgeschritten ist und die roten Blutkörperchen fehlen, dann kann es natürlich hier zur fehlenden Gesichtsfarbe kommen und die Menschen sagen einem Mensch, du schaust aber schlecht aus. Und am besten kann man das erkennen an der Mundschleimhaut. Wenn man sich mal die Mundschleimhaut-Durchblutung anschaut, dann hat man ein noch viel genaueres Signal als die normale Blässe der Haut. Und wie viele Teenager und Mädchen, gerade im Alter so zwischen 12 bis 16, fallen dann eben auf mit dieser chronischen Blässe. Die Ursache ist dann häufig, häufig ein Eisenmangel. Auch häufig nochmal assoziiert mit einer Depression. Denn das Hormonsystem stellt sich um, oftmals kommt vielleicht eine vegetarische oder vegane Ernährung oder zu wenig Fleisch oder Ernährungsfehler dazu, Darmflora nicht richtig und so weiter. Und man rauscht dann nach und nach in einen Eisenmangel hinein, gerade wenn eben die ersten Menstruationen dazukommen. Und die wenigsten Eltern gehen dann mit ihrem Kind mit dem Verdacht auf Eisenmangel zu einem Arzt. Und dann haben wir ja noch quasi die große unbekannte X-Arzt, wird er diesen Eisenmangel dann erkennen. Oder bekommen sie einfach nur eine 0815-Standard-Antwort. Und ich sehe in meiner Praxis, und das ärgert mich auch wirklich, diese Fälle in einer massiven Form, dass Menschen dann zum Arzt gehen und dort dann gesagt bekommen, sie haben keinen Eisenmangel. Oder sie bekommen dann nur Eisentabletten aufgeschrieben und keine Infusion, wo das dann einfach so innerhalb von wenigen Tagen eigentlich zu beheben wäre, so ein schwerer Eisenmangel. Ja, wenn zu wenig Sauerstoff in die Zellen transportiert wird, dann kann es auch zu einem erhöhten Kälteempfinden kommen. Gerade auch junge Damen sind davon betroffen, die Frostbeulen. Hier fehlt einfach der Sauerstoff und wir nehmen das dann wahr als Frieren und ja, häufig einfach übersehen. Auch hier sollte man an einen Eisenmangel denken. Warum? Wenn eben der Sauerstofftransport in das Gewebe vermindert ist, dann frieren wir einfach viel zu früh. Ja, ein Frühwarnsymptom ist der Schwindel. Und zwar, wenn der Eisenmangel dann schon Richtung Anämie geht, Richtung Blutarmut geht. Warum? Es fehlt dann Sauerstoff im Gewebe und wir beobachten hier beim Eisenmangel einen Drehschwindel. Also die Charakteristik ist im Prinzip, dass es ein Schwindel ist, der so einen drehenden Charakter hat, dass man vielleicht in die Wand reinläuft, wenn man gerade auslaufen möchte. Und das hängt eben einfach mit dem Sauerstoffmangel zusammen, der über diesen Eisenmangel dann kommt. Und der HNO-Arzt, der kann sich da Wund diagnostizieren. Er wird nicht die geeignete oder nicht die passende Ursache für diesen Schwindel finden. Und ich habe schon viele, viele Schwindelpatienten gehabt, die nichts anderes hatten als einen schweren Eisenmangel, den wir dann letztlich per Infusionen gelöst haben. Und in eine ähnliche Richtung geht es auch mit unserem siebten Frühwarnzeichen Kopfschmerzen und Migräne. Ich hatte also schon x Fälle von rein eisenmangelbedingten Migräne, Kopfschmerzen, massivste Schmerzen, auch bei Jugendlichen, gerade bei jungen Mädchen, die dann die ersten Regelblutungen kriegen, die sie vielleicht vegan oder vegetarisch ernähren, wo die Eltern oder auch die Kinder das völlig unterschätzen, wie leicht man in einen Eisenmangel hinein geraten kann. Und wie beim Schwindel ist es so ähnlich, der Sauerstoff fehlt einfach. Wir haben diesen Mechanismus noch nicht komplett entschlüsselt, aber man vermutet, dass einfach hier es zu einer Gefäßerweiterung kommt. Wir haben die harte Hirnhaut. Die harte Hirnhaut ist mit Schmerzrezeptoren besetzt und im Sauerstoffmangel können diese vermutlich reagieren. Und es kommt dann zu Störungen quasi der Blutgefäßversorgung, was dann die Ursache ist für diesen elenden, nicht auf Schmerzmittel ansprechenden Kopfschmerz, der immer und immer und immer wiederkommt. Also hier wie gesagt schon zig, zig Fälle in meiner Praxis. Ja und so ähnlich wie mit dem Kopfschmerz und der Migräne geht es uns jetzt auch mit dem nächsten Frühwarnsymptom. Und das sind die Haare und die Nagelgesundheit. Leider Gottes können sie einen Haarausfall erleiden, wenn der Ferritinwert Werte unter 70 annimmt. Viele Frauen bekommen das nicht mit, viele Frauen unterschätzen das. Und dann geht es ganz, ganz plötzlich, ganz, ganz schnell, dass innerhalb weniger Tage die Haare ausfallen. Es kommt zu einer Unterversorgung des Haarbalgs, es kommt zu einer Störung der Talgdrüsen, es kommt zu einer Sauerstoffverminderung auch im Bereich des Haarbalgs. Und somit fallen dann die Haare aus. Und man hat hier vielleicht noch gar keine anderen Symptome des Eisenmangels, sondern nur diesen Haarausfall. Man rennt von Friseur zu Friseur, zu Spezialist und so weiter. Aber am Ende des Tages kommen häufig die Menschen nicht auf diese einfache Ursache Eisenmangel. Und so hat man auch Untersuchungen gemacht mit Mäusen beispielsweise, mit Gendefekt, dem man dann eine eisenreiche Ernährung angeboten hat, die diesen Enzymeffekt kopiert hat. Und dann sind die Haare wieder gewachsen. Und so kennt man diese Zusammenhänge in der Wissenschaft. Und wie gesagt, 25 Prozent der Frauen in der westlichen Welt haben einen Haarausfall. Und mit zunehmendem Alter, wenn die Regelblutung vielleicht etwas stärker wird, wenn hormonelle Beschwerden kommen und so weiter, wenn vielleicht die Darmflora nicht mehr richtig funktioniert, dann kann es zum Eisenmangel kommen. Und wenn man auch so die ganzen Jahrzehnte wallendes, schönes Haar hat, kann es dann einfach sein, dass der Haarfolikel abstirbt und dass man dann eben in Richtung Haarausfall tendiert. Vielleicht auch über die Zwischenstufe dünneres Haar. Das sehen wir beim Eisenmangel dann auch recht häufig. Und interessanterweise kann es mit den Nägeln ähnlich gehen. Beispielsweise Rillen in den Nägeln, brüchige Nägel oder horizontale gespaltene Nägel. So etwas, das kennen wir. Brüchig, löchrig, in der Mitte dann vielleicht solche Einsenkungen. All das kann eben auch hier auf den Eisenmangel hinweisen. Deswegen checken lassen, wie hoch sollte der Ferritinwert sein. Ich strebe immer einen Wert über 100 an, also immer dreistellig. Und wie gesagt, unter 70 kann schon die telogene Phase des Haarwachstums so gestört sein, dass es ganz plötzlich zum Haarausfall kommt. Ja, und in eine ähnliche Richtung wie der Haarausfall und die Nagelgesundheit geht unser nächster Punkt. Und das sind die sogenannten Mundwinkelragaden. Die Faulecken, wie sie auch heißen, eingerissene Mundwinkel hatte ich auch immer früher als Jugendlicher und Kind. Kein Mensch hat sich darum gekümmert. Es war dann ein schwerer Eisenmangel. Denn die Schleimhautgesundheit hängt im Prinzip auch mit dem Eisen zusammen. Genauer mit der Kollagensynthese. Kollagen ist unser Struktureiweiß, das die Stabilität und auch die Elastizität und so weiter des Bindegewebes ausmacht. Und im Eisenmangel leiden unsere Schleimhäute letzten Endes. Die Schleimhäute sind nicht mehr strukturell so gut aufgebaut. Und dann kann es halt eben zur trockenen Haut kommen, beispielsweise zum Juckreiz kommen, zu diesen Mundschleimhautveränderungen, zur Zungenschleimhautveränderung, zur sogenannten Atrophie, wenn sich das dann so ein bisschen zurückbildet. Vielleicht haben sie das schon mal bei sich bemerkt oder bei jemand anderem, wenn dann so Flecken auf der Schleimhaut sind und so weiter. Das kann also wirklich mit dem Eisenmangel zusammenhängen, bis hin zu schmerzhaften Schluckstörungen, beispielsweise, wenn einfach die Schleimhäute dann so gereizt sind. Und wie gesagt, ganz außen am Mund erkennt man es dann, wo die Schleimhaut umschlägt, hier im Mundwinkel. Und was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass Eisenmangel tatsächlich in einer totalen Schwäche des Immunsystems münden kann. Warum? Die weißen Blutkörperchen, die sind auf Eisen angewiesen. Es geht hier um die Immunkompetenz. Eisen ist erforderlich, dass wir mit den T-Helferzellen gut reagieren können auf die Reize von außen, auf die Reize von Krankheitserregern. Und nicht selten war das schon der Grund für einen Zustand, wenn man immer wieder krank wird, beispielsweise wenn einen der Virus anschaut und man selber liegt wieder eine Woche lang. Also auch hier bei der Immunschwäche ganz, ganz wichtig den Eisenmangel testen lassen. Und man muss wissen, dass Entzündungen ein total eisenverbrauchender Prozess ist. Ich habe zu Beginn des Videos die Unterschiede erklärt von den Eisenwerten. Und ich habe Ihnen gesagt, es gibt diesen Eisenwert im Serum auf der einen Seite und dann haben wir den Ferritin-Wert für den Speichereisenwert. Also den Speichereisenwert, dort erkennen wir den Eisenmangel. Und was interessant ist, der Eisenwert im Serum, das ist eigentlich ein Entzündungsparameter. Wir können also, wenn dieser Wert extrem hoch ist, auf eine Entzündung schließen. Und deswegen ist die Entzündung ein wahnsinnig eisenraubender, eisenverbrauchender Prozess. Und wenn wir eine Dauerentzündung haben, dann kommen wir über diese Entzündung in den Eisenmangel hinein und verlieren dann quasi unsere Immunkompetenz mit der Zeit und können dann auf weitere Infektionen schlecht reagieren. Was sollte man jetzt beachten, wenn man zu einem Eisenmangel neigt oder wenn man einen Eisenmangel hat? Grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, gezielt eisenreiche Lebensmittel aufzunehmen. Wir müssen ungefähr rechnen, Jugendliche und Frauen benötigen 15 Milligramm Eisen pro Tag. Männer brauchen circa 10 Milligramm Eisen pro Tag. Und wir können natürlich gezielt eisenreiche Lebensmittel essen. Was sind eisenreiche Lebensmittel? Beispielsweise natürlich Fleisch. Wer kein Fleisch mag, der kann Fisch nehmen. Also auch Fisch ist eisenreich. Wer das nicht essen kann oder möchte, kann sich auch vegan, vegetarisch ernähren. Unterschätzt werden häufig, und das sehe ich in der Praxis, halt die Mengen, die man davon essen muss. Also Hülsenfrüchte, Samen und Nüsse und so weiter. All das ist eisenreich. Aber man muss sich reinfuchsen und man muss wirklich schauen, was esse ich da, wie viel Milligramm enthält es. Und man muss einfach mal grob überschlagen, kann ich damit meinen Eisenbedarf decken. Problematisch wird es natürlich, wenn irgendwelche Faktoren dazukommen, wie wir es eingangs erwähnt haben. Schwangerschaft, Eisenverlust, starke Regelblutung, Sport, Entzündung, all diese Dinge. Da wird man es wahrscheinlich schwer haben, mit der Ernährung dann seinen Eisenbedarf zu decken. Also eisenreiche Lebensmittel. Dann zweitens Dinge vermeiden, die die Eisenaufnahme hemmen. Dort gehören beispielsweise Milchprodukte mit dazu. Sie sollten also eisenhaltige Sachen nicht mit Milchprodukten mischen. Da gehört Rotwein dazu, da gehört Chili dazu, da gehört Kakao dazu, Kaffee und Schwarztehr, all solche Sachen. Hier ein bisschen weniger konsumieren, beziehungsweise dann auch schauen, eine Zeit dazwischen lassen, wenn ich dann eine, sagen wir mal, eisenreiche Mahlzeit zu mir nehme. Und dann gibt es Lebensmittel, die man wählen kann, die die Eisenaufnahme fördern, beispielsweise pflanzliche Proteine, Früchte, Zwiebeln, Knoblauch und solche Dinge und auch vitamin C reiche Lebensmittel. Darum machen manche Hersteller schon Vitamin C in ihre Eisenkapseln hinein. Also erstmal Ernährung. Zweiter Block, orale Eisenpräparate. Es gibt verschiedenste Eisenpräparate auf dem Markt. Man muss einfach ausprobieren, ob sie für einen funktionieren. Was ich Ihnen hier Brief und Siegel geben kann, ist, dass Sie nicht anfangen brauchen mit irgendwelchen eisenhaltigen Fruchtsäften, die Sie in den Discountern kaufen, wenn Sie einen schweren Eisenmangel haben, versuchen, den auszugleichen. Es funktioniert nicht. Ich habe seit 15 Jahren Eisenerfahrung. Mir wurde gesagt, dass ich diejenige Praxis bin im Großraum München, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt und Augsburg, die unter den Top 2 Praxen ist, was Eiseninfusionen betrifft. Und hier kommen wir schon zum nächsten Punkt. Die Infusion ist wahrscheinlich für viele Menschen die Rettung. Ich weiß, dass es ein wahnsinniges Problem gibt, dass die Hausärzte das nicht machen möchten, dass auch viele nicht wissen, dass sie es tatsächlich von der Kasse erstattet bekommen. Und es ist immer wieder ein Wahnsinn, was man zum Thema Eisen oder auch Sicherheit von Eiseninfusionen hört. Ich habe jetzt zehntausende Eiseninfusionen gemacht und ich kann die Zahl der Reaktionen, ich glaube, es waren zwei oder drei Kreislaufreaktionen in all diesen 15 Jahren. Allerdings mit Eisenpräparaten der vorherigen Generationen. Die Eisenpräparate, die wir jetzt auf dem Markt haben, sind super, super sicher. Was habe ich schon auch Patienten gehört, die dann über ihre Ärzte haben ausrichten lassen, was ich für ein schlechter Arzt wäre, weil ich Eiseninfusionen in meiner Praxis laufen lasse und nicht auf der Intensivstation unter Reanimationsbereitschaft. Also das war mal in den 60er Jahren vielleicht so und vielleicht auch noch in den 70er Jahren. Und dann wurden die Eisenpräparate immer sicherer und sicherer. Also man muss wissen, ein Eisenmangel, damit man einen Eisenmangel ausgleichen kann, muss man es schaffen, den Tagesbedarf zu decken des Patienten. Und dann muss ich noch ein Überangebot an Eisen anbieten, damit mir der Patient das wieder in die Depots reinschieben kann und so wieder einen anständigen Ferritinwert aufbaut. Und das funktioniert eben einfach bei ganz, ganz schweren Fällen über die Infusion. Und ich weiß, die Kassen bezahlen das nicht. Die Kassen argumentieren, solange einer schlucken kann, kann er auch Eisenkapseln schlucken. Das kann bei manchen Leuten funktionieren. Aber bei der Mehrzahl der Menschen funktioniert es einfach leider Gottes schlecht. Ich werde noch weitere Videos zum Thema Eisen machen, vor allem auch die Unterschiede mit den Infusionen, was damals so gefährlich war an den Infusionen und was sich jetzt verändert hat. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit Eisen hier unter diesem Video kommentieren, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und die nächsten Videos anschauen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann! Zuhören und Zuschauen